Hier. Los, hilf mir mal. Klar. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich damit zu schützen. Worum es auch geht, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Ich... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Nächster Halt, New Devon. Oh, cool. Wow. Eine schöne, gemütliche Fahrt, die man einfach nur genießen muss, bei schöner Musik, mit der Frau des Lebens. Und ein paar C-Vionage. Wow. Perfekt. Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Schorleinfahrzeuge sind unterwegs nach Nauten. Werden wir wohl bald sehen. Wie geht's euch meistens soweit gut? Es gab ein paar Wochen, aber so weit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Lauf, ist okay? Wir versuchen es. Over und out. Ähm... Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Und festhalten. Oh, war ja klar. Oh, war ja klar. Ähm... Ähm... Oh... Wow! Wow! Okay! 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 Okay, okay! Der Baule ist nicht okay! Fertig! Halt dich! Ah! 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 Hä? So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich... ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte... mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Oh, die romantische Ader. Ja, ich bin schon unterwegs, Babe. Schnuckipupsi. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja. Das wäre übel, würde ich sagen. Ja. Gute Idee. Also. Wie kommen wir da hoch? Ähm. Ja. Genau so. Danke. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Wird doch nie Idee. Ist ein schöner Armat. Wenn nicht gerade alles auf... explodiert, zusammenkracht oder... auf einen geschossen wird. Okay. Okay, wenn ich jetzt da rüberspringe, tut mir das weh. Auch immer geil, dass sie vor mir irgendwo ist. Ich bin der Profi hier. Ähm. Noch nicht. Ah. Hab den Weg gesehen. Komm, stell dich nicht an. So. Und. Moment. Dahin. 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 Hier hoch. Und dann hier. Wow. Oh. Ja. Hallo? Seh dir das Schild an. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme, um zu sterben. Oh. Yeah. Aber was ist passiert? Also die Story wird ja immer geiler. Erst ging es um einen Schatz. Jetzt... Äh... Jetzt erfährt man, dass da... alles ausgeraubt worden ist von den Machern. Ja. Oh man. Äh... Ja. Ja. Da... Du sollst nicht da ran. Du sollst da hin. Oh. Schöne Geräusche. Oh mein Gott. Echt. Wieso kann ich an dir hochklettern? Oh... Backe. Yeah. Ey komm. Cooler... Bessere Positionen gibt's echt nicht. Dankeschön für die Hilfe. Okay. Wo muss ich lang? Jetzt... Also manchmal... Könnt ich ein Klatschen. Ah... Oh. Okay. Links oder rechts? Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar, Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Äh, ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, hab ein paar Bücher gelesen. Mist, Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam! Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay. Halt die Augen nach Schorland. Wie vom Orden. Ja. Kein Problem. Ups. Dalla? Kann ich? Ja. Okay, das heißt, die Typen sind jetzt auch mal wieder hier. Okay, ich muss da hoch. Tup, 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 tup. Ehrlich? Wirklich? Nate? Geht's dir noch? Gut. Okay. Und? So will ich das haben. Ich renne einfach immer und treffe den Weg. Ach. Aber wer ist das? Oh, noch eine alte Notiz. Oh. Oh, cooler Spruch. Ich hab'n Schwert weniger. Weil ich's auch, wenn euer Bruder nicht rauskriege. Cool. Das heißt, die Gründer haben sich auch bekriegt. Ja, was ist denn da los? Sorge mal. Geh um garne. Ja, Brief nicht gelesen? Scheiße, Schorla. Helena, runter. Okay. Okay. Komm, da sind da noch bestimmt ein paar mehr. Gut. Gut. Okay, der hat sich umgedreht. Scheiße, den hab' ich nicht markiert. Fuck. Der da oben jetzt. Meinst du so? Gut. Ich nehm' ich mir den jetzt als nächstes. Oder denn? Ah. Boom. Oh, die Pfahl. Okay, der ist da, der ist da, der ist da. Kommen wir uns erst mal um den. War eine Granate? Obwohl, der sieht mich doch. Der sieht mich doch. Jo, ho, ho. So geht das, ladies. So, den schnapp ich mal als nächstes. Du da, dreh dich um. Wow, wow, wow. Läuft gut. Den nehm ich mir da hinten zuletzt. Man, eine Waffe mit Schalldämpfer wäre jetzt cool. Drei Schuss? Na. Obwohl's abgefuckt geil wär. Okay. Ich muss den dazu erst erwischen. Aber dafür muss der sich umdrehen. Abwohl, warte mal. Und eins. Zwei. 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 Oh nein. Ähm, okay. Ich lasse es sein. Wir sind bereit, ich bin bereit. Wes! Okay, dann auf ein neues. Jep, immer noch. Drehst du dich mal vielleicht wieder um? Drehst du dich jetzt vielleicht mal wieder um? Oder nicht? Bäh! Super. Hm. Hm. Der steht ja immer noch da. Der ist da. Ja, ja. Cool, danke, dass du runter kommst. Ja, und hier auch. Ah, er kommt. Gut. Okay. Wer? Du. Oh. Warte mal. Der hängt jetzt da und der da. Puh. Ähm. Okay, der ist weg. Okay. Bevor dem Stealth Modals. Du kommst hier denn jetzt her? Oh. 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 Wow. Wow. Sniper. Wow. Wow 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 Alter Plus Wow 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 Ja Puh Halleluja, aber es geht nicht ab für Action Nein, nicht von da Wow 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 Buck geschafft Oh Ja Oh Ja Oh ja die Wolfe, Scheiner Lake äh, nein ja, sehen wir nach Moment mal und dann hat er was geblinkt puch boah, das war eine Action Geronimo okay oh, ein ruhiges Plätzchen war es echt jetzt? ich bin im Kreis gegangen puch